Amigos auf Tour, das gesamte Team hat Alkoholverbot. Aus einem bestimmten Grund. Die Amigos stehen für Schunkelmusik, Batikhemden und jede Menge Gefühl. Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind seit über 50 Jahren auf den Schlagerbühnen unterwegs und sind mittlerweile das wohl erfolgreichste Schlager-Duo aller Zeiten. Deshalb werden die beiden auch oft an Hotelbars eingeladen. Doch für die Musiker und auch ihr Team gilt striktes Alkoholverbot. Wer die Amigos mal live erlebt hat, der weiß, dass sie ihren Job gern machen. Mit Herzblut, Leidenschaft und vor allem für ihre zahlreichen Fans. Seit über 50 Jahren kennen sie die Schlagerbranche und auch die Gefahren, die damit einhergehen. Wir haben einige Kollegen, die dem Alkohol sehr freundschaftlich begegnen. Für uns war das aber nie ein Thema. Wenn wir beruflich unterwegs sind, gilt für uns und das gesamte Team Null Alkohol. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir so erfolgreich sein dürfen. Daher sind wir es den Menschen einfach schuldig, dass wir auf der Bühne immer 100% geben. Das wäre nicht möglich, wenn wir auf Tour jeden Abend an der Bar verbringen würden, so Bernd Ehrlich im Interview mit gmx.de. Amigos, das machen sie nach ihren Auftritten. Doch was machen die Amigos nach ihren Auftritten? Am liebsten fahren wir nach den Konzerten direkt nach Hause. Und wenn wir doch mal im Hotel übernachten, dann gehen wir in der Regel sofort aufs Zimmer. Natürlich dauert es schon zwei, drei Stunden, bis du runterkommst. Schließlich bist du nach einem Auftritt ja noch voller Adrenalin, sagt Karl-Heinz. In Ebsacker nach dem Auftritt? Dafür können sich die Amigos nicht begeistern. Wir verzichten tatsächlich nach wie vor darauf, uns nach Auftritten an die Hotelbar zu setzen, auch wenn wir von den Hotelmanagern häufig eingeladen werden. Diese Angebote haben wir nie wahrgenommen, weil wir am nächsten Morgen in der Regel wieder hunderte von Kilometern bis zum nächsten Spielort zurücklegen müssen. Wir verspüren nicht den Drang, uns nach einem Konzert im Hotel feiern zu lassen und uns an der Bar das Hofflicht auszuschießen, bestätigt Bernd daraufhin. Die Amigos sind bescheidene Menschen. Sie wissen, wo sie herkommen. Karl-Heinz war vor seiner musikalischen Karriere jahrelang als Lkw-Fahrer unterwegs. Bernd hat knapp 40 Jahre als Brauer und Melzer gearbeitet und sogar ein eigenes Amigos beentworfen, ein Schluck Freundschaft.